Hast du dich jemals gefragt, was es braucht, um die Qualitäten von Männern mit hohem Status in Liebe und Beziehungen zu verkörpern? Wie kannst du Selbstbewusstsein, Zielstrebigkeit und Authentizität kultivieren, um in jedem Aspekt deines Lebens erfolgreich zu sein? In diesem Video enthüllen wir die Geheimnisse von Männern mit hohem Status und offenbaren die Schlüsselprinzipien, nach denen sie lieben, um Erfolg und Erfüllung zu erreichen. Begleite uns auf dieser Reise, während wir umsetzbare Strategien und Erkenntnisse erforschen, die dich befähigen, ein Leben voller Zielstrebigkeit und Wohlstand zu führen. Bleib bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie du diese Lektionen auf deinen Wachstumsweg anwenden kannst. Bevor wir beginnen, würde ich es sehr schätzen, wenn du das Video mögen würdest. Wenn du nicht abonniert bist, empfehle ich dir, dies zu tun und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos verpasst. Wenn dir das Thema dieses Videos gefällt, kommentiere bitte mit der Nummer 1, wenn nicht, kommentiere bitte mit der Nummer 0, damit ich weiß, wie ich ein besseres Video für dich machen kann. Jetzt lass uns beginnen. Nummer 1. Sei mutig. Auf der Reise des Lebens und der Liebe ist Mut eine entscheidende Eigenschaft. Männer mit hohem Status verkörpern dieses Prinzip, indem sie proaktive Schritte unternehmen, anstatt auf Gelegenheiten zu warten, die zu ihnen kommen. Sie verstehen, dass Passivität sie nirgendwo hinführen wird, also übernehmen sie die Kontrolle über ihr Leben und ihre Beziehungen. Dieser proaktive Ansatz bedeutet, dass sie nicht darauf warten, dass Dinge geschehen, stattdessen sorgen sie dafür, dass Dinge geschehen. Eine Frau mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit anzusprechen, ist ein kritischer Aspekt des Mutes. Es ist wichtig, den Mut aufzubringen, sie anzusprechen und dein Interesse zu bekunden. Männer mit hohem Status wissen, dass Zögern und Angst sie von bedeutungsvollen Verbindungen abhalten können. Daher nehmen sie eine Denkweise an, die das Unbekannte umarmt und es direkt konfrontiert. Denk daran, das Glück begünstigt die Mutigen. Dieses Sprichwort gilt auch in Beziehungen. Indem du aus deiner Komfortzone heraus trittst und den ersten Schritt machst, öffnest du die Tür zu Möglichkeiten, die sonst unerreichbar bleiben würden. Eines der größten Hindernisse für Mut ist die Angst vor Zurückweisung oder Misserfolg. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Zurückweisung nicht deinen Wert widerspiegelt, sondern vielmehr ein Teil des Lern- und Wachstumsprozesses ist. Männer mit hohem Status sehen Zurückweisung als wertvolle Lektion statt als Rückschlag. Sie verstehen, dass jede Interaktion, ob erfolgreich oder nicht, eine Gelegenheit zum Wachsen bietet. Indem sie sich der Möglichkeit der Zurückweisung stellen, gewinnen sie Einsichten und Erfahrungen, die ihnen helfen, sich in zukünftigen Situationen zu verbessern. Mit Bedauern zu leben ist weitaus schlimmer als Zurückweisung zu erfahren. Stell dir vor, du schaust zurück und fragst dich, was hätte sein können, wenn du nur diese Chance ergriffen hättest. Männer mit hohem Status ziehen es vor, Risiken einzugehen und sich den Ergebnissen zu stellen, wissend, dass sie ihr Bestes gegeben haben, anstatt mit dem Bedauern zu leben, es nie versucht zu haben. Sie betrachten jede Interaktion als Lernerfahrung und verstehen, dass selbst in Momenten der Zurückweisung wertvolle Lektionen zu lernen sind. Mut bedeutet auch, bereit zu sein, Risiken in einem breiteren Sinne einzugehen. Das Leben ist voller Möglichkeiten für diejenigen, die den Mut haben, sie zu suchen. Männer mit hohem Status erkennen, dass Mut eine Tugend ist, die Türen zu neuen Möglichkeiten und Erfahrungen öffnet. Ob es darum geht, eine Frau anzusprechen, eine neue Karriere zu verfolgen oder ein Abenteuer zu beginnen, Mut führt zu persönlichem Wachstum und Erfolg. Schichternheit hingegen hält dich innerhalb der Grenzen deiner Komfortzone gefangen. Denke immer daran, dass Mut ein Leitprinzip ist, das dich an Orte führen wird, an die Schüchternheit dich niemals bringen würde. Indem du eine mutige Denkweise annimmst, verbesserst du nicht nur deine Erfolgschancen in Beziehungen, sondern auch in allen Bereichen des Lebens. Männer mit hohem Status leben nach diesem Prinzip, indem sie kontinuierlich ihre Grenzen erweitern und nach Exzellenz streben. Also, sei mutig, gehe Risiken ein und umarm die Möglichkeiten, die sich dir mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit bieten. Nummer 2. Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter In der heutigen Welt sind Frauen von ständigen Strömen, kostenloser Aufmerksamkeit aus verschiedenen Quellen überflutet, besonders durch soziale Medien und andere digitale Plattformen. Viele Männer tappen in die Falle, Frauen kontinuierlich mit Komplimenten, Leagues und Nachrichten zu überschütten, oft ohne viel zurückzubekommen. Männer mit hohem Status hingegen verstehen den Wert ihrer Aufmerksamkeit und wissen genau, wann sie diese geben und wann sie sie zurückhalten müssen. Während andere möglicherweise ein Gespräch beginnen und die erste Verbindung herstellen, weiß ein Mann mit hohem Status, wann er aufhören muss, kostenlose Aufmerksamkeit zu geben. Das bedeutet, dass er nach dem ersten Eindruck und dem Aufmerksam machen auf sich selbst davon absieht, sie kontinuierlich zu verfolgen oder sie außergewöhnlich zu behandeln, ohne sie gut zu kennen. Dieser Ansatz kann eine Frau verwirren und sie fragen lassen, warum du sie nicht ständig wie andere Männer jagst. Genau diese Verwirrung kann ihr Interesse wecken und ihr Verlangen nach deiner Aufmerksamkeit verstärken. Im Gegensatz zu vielen Männern, die bereit sind, endlose Bestätigung zu geben, versteht ein Mann mit hohem Status die Macht der Knappheit. Er behält seine Aufmerksamkeit für bedeutende Momente vor und gibt sie nicht einfach so hier. Indem du nicht sofort und kontinuierlich Aufmerksamkeit schenkst, gibst du dich von der Masse ab. Diese Differenzierung lässt eine Frau sich fragen, warum du ihr nicht die gleiche Bestätigung gibst, an die sie gewöhnt ist, und weckt so ihre Neugier und ihr Verlangen, ihre Aufmerksamkeit zu suchen. Dein scheinbares Desinteresse wird sie verwirren und dich interessanter erscheinen lassen. Es ist jedoch entscheidend, sicherzustellen, dass diese Strategie nicht als Spielchen wahrgenommen wird. Das Ziel ist es nicht, leere Gespräche zu führen oder manipulative Taktiken anzuwenden. Männer mit hohem Status haben wichtige Ziele und Verantwortungen in ihrem Leben und haben keine Zeit, das Ego einer Frau mit belanglosen Kommentaren und Leagues in sozialen Medien zu aufblasen. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, ein erfülltes und zielgerichtetes Leben zu führen, das andere natürlich anzieht. Indem du ein Leben führst, das für sich selbst spricht, zeigst du wirklich attraktive Qualitäten. Das bedeutet, Zeit in dein persönliches Wachstum, deine Karriere, Hobbys und Leidenschaften zu investieren. Wenn eine Frau sieht, dass du nicht ständig verfügbar bist, um ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu stillen, beginnt sie, dich als jemanden mit hohen Standards und einem starken Selbstwertgefühl zu sehen. Diese Knappheit der Aufmerksamkeit geht nicht darum, zu manipulieren, sondern zu demonstrieren, dass du ein Leben voller Zweck und Ehrgeiz hast. Überlasse die Aufgabe, kostenlose, oberflächliche Aufmerksamkeit zu geben, denjenigen, die nicht dieselbe Entschlossenheit und denselben Zweck wie du haben. Indem du dies tust, unterscheidest du dich nicht nur von anderen Männern, sondern ziehst auch Frauen an, die wirklich an dir interessiert sind, und nicht nur an der Aufmerksamkeit, die du bieten kannst. Dieser Ansatz stellt sicher, dass deine Interaktionen sinnvoll sind und dass die Verbindungen, die du knüpfst, auf gegenseitigem Respekt und echtem Interesse basieren. Nummer 3 – Eine furchtlose Denkweise annehmen Männer mit hohem Status haben ein tiefes Verständnis für ihren Wert und glauben fest an ihre Fähigkeit, Frauen anzuziehen. Im Gegensatz zu denen, die Frauen als überlegene oder unerreichbare Wesen betrachten, sehen Männer mit hohem Status als gleichgestellte. Diese furchtlose Einstellung befähigt sie dazu, Ruhe und Selbstvertrauen in der Gegenwart von Frauen auszustrahlen, was sie unwiderstehlich macht. Im Gegensatz dazu verfallen viele Männer in Gefühle von Angst und Nervosität, wenn sie mit attraktiven Frauen konfrontiert werden. Dies ist oft auf mangelndes Selbstvertrauen und das Fehlen einer High-Status-Denkweise zurückzuführen. Der Schlüssel zur Kultivierung dieser Denkweise liegt in der Pflege echter Charisma, das auf tiefem Selbstglauben basiert. Sich selbst auf dem Höhepunkt des Lebens zu visualisieren und Stärke und Selbstvertrauen in jeder Interaktion auszustrahlen, dient als Grundstein für die Entwicklung dieser furchtlosen Haltung. Um diese furchtlose Denkweise zu fördern, ist es wichtig, die eigenen Vorzüge anzuerkennen und zu schätzen. Diese Reise beginnt mit einem ganzheitlichen Ansatz zur Selbstverbesserung, der die physischen, mentalen und emotionalen Aspekte des Lebens umfasst. Während sich Individuen stärken und weiterentwickeln, werden sie zunehmend immun gegen Einschüchterung oder übermäßige Bewunderung von jeder Frau. Diese innere Transformation erhöht nicht nur die eigene Attraktivität, sondern stärkt auch ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Selbstbewusstsein in allen sozialen Interaktionen. Nummer 4, hören sie auf, schlechtes Verhalten zu belohnen. Männer mit hohem Status verstehen die Bedeutung, triviale Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zu vermeiden. Wenn man mit einer Frau konfrontiert wird, die ständig irrationale Argumente initiiert, ist es entscheidend, den zugrunde liegenden Mangel an Respekt und Wertschätzung zu erkennen. In solchen Szenarien ist es vorzuziehen, Abstand zu schaffen und eine klare Botschaft zu vermitteln, dass solches Verhalten inakzeptabel ist. Widerstehe der Versuchung, Aufmerksamkeit und Zuneigung zu schenken, bis sie ihr Fehlverhalten erkennt und sich aufrichtig entschuldigt. Es ist wichtig, dem Drang, emotional zu reagieren, zu widerstehen, da dies deine wahrgenommene Stärke und Anziehungskraft untergraben kann. Frauen fühlen sich nicht von Schwäche angezogen. Stattdessen solltest du eine stoische Haltung bewahren. Wenn eine Antwort notwendig erscheint, tue dies kurz und durchdacht. Manchmal kann Schweigen eine größere Wirkung haben als überflüssige Worte. Zögere nicht, es als strategisches Werkzeug einzusetzen. Nummer 5. Umfasse deinen Zweck Ein Mann mit hohem Status handelt mit einem klaren Sinn für Zweck, getrieben von ehrgeizigen Zielen und einem unerschütterlichen Willen, diese zu erreichen. Sein Fokus und seine Motivation treiben ihn voran und lassen wenig Raum für belanglose Beschäftigungen wie oberflächliches Flirten oder flache Beziehungen. Stattdessen lenkt er seine Energie auf Unternehmungen, die dazu beitragen, ein Leben aufzubauen, auf das er stolz sein kann. Dieser Mann wartet nicht passiv darauf, dass das Glück ihm zulächelt, vielmehr ergreift er die Kontrolle über sein Schicksal und unternimmt gezielte Schritte, um seine Wünsche zu verwirklichen. Er sticht aus der Menge der Männer heraus, die gedankenlos Frauen mit Aufmerksamkeit überschütten, und zeichnet sich durch seine Produktivität und zielgerichteten Bestrebungen aus. Für den Mann mit hohem Status sind bedeutungsvolle Arbeit, die Pflege der körperlichen Gesundheit und das Erhalten einer optimalen Fitness integrale Bestandteile seines Lebensstils. Diese Aspekte sind nicht nur zufällig, sondern dienen als wesentliche Werkzeuge in seinem Arsenal der Anziehungskraft. So wie ein erfahrener Krieger sich akribisch auf die Schlacht vorbereitet, schärft er seine Stärken und nutzt seinen Körper und sein attraktives Erscheinungsbild, um zu fesseln und zu verlocken. Unsere Plattform ist ein Schatz an Erkenntnissen und Anleitungen, die darauf abzielen, deine Anziehungskraft zu steigern und deinen Sinn für Zweck zu stärken. Tauche ohne Zögern in unsere Ressourcen ein und entdecke die Inspiration und Strategien, die notwendig sind, um das Leben zu gestalten, das du wirklich verdienst. Nummer 6, umfasse die Einsamkeit. Die Bedeutung der Alleinzeit erkennen. Männer mit hohem Status akzeptieren die Einsamkeit als einen wesentlichen Aspekt ihres Lebens. Sie verstehen, dass das Alleinsein eine unschätzbare Gelegenheit zur Selbstreflexion und persönlichen Entwicklung bietet. Anstatt die Einsamkeit zu fürchten, schätzen sie sie als eine Zeit, um sich aufzuladen, zu reflektieren und sich auf ihre individuellen Ziele und Bestrebungen zu konzentrieren. Wichtig ist, dass diese Männer erkennen, dass ihr Wert nicht von ihrem Beziehungsstatus abhängt. Sie verstehen, dass sie keinen Partner brauchen, um ihre Existenz zu validieren oder ihre Identität zu definieren. Stattdessen kultivieren sie ein Gefühl der Selbstgenügsamkeit und des inneren Selbstbewusstseins, das nach außen strahlt und sie für andere von Natur aus attraktiv macht. Das bedeutet nicht, dass Männer mit hohem Status Gesellschaft ganz meiden. Im Gegenteil, sie schätzen und genießen die Gesellschaft anderer, einschließlich romantischer Partner. Sie behalten jedoch eine wählerische Einstellung gegenüber Beziehungen bei und verstehen den Unterschied zwischen dem Wunsch nach einem Partner und dem Bedürfnis nach einem. Anstatt jemanden zu suchen, um eine vermeintliche Lehre zu füllen oder sie zu vervollständigen, suchen Männer mit hohem Status nach Personen, die ihr Leben ergänzen und ihre Erfahrungen bereichern. Sie setzen hohe Standards für sich selbst und ihre potenziellen Partner- und Wellenbeziehungen, die mit ihren Werten, Zielen und Bestrebungen übereinstimmen. Im Wesentlichen ermöglicht die Akzeptanz der Einsamkeit Männern mit hohem Status, Einbewusstsein, Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit zu kultivieren, die ihr Leben und ihre Beziehungen bereichern. Indem sie ihre Alleinzeit schätzen und wählerisch in ihren Beziehungen sind, stellen sie sicher, dass sie gesunde Grenzen einhalten und erfüllende Verbindungen mit anderen pflegen. Nummer 7, Ehrlichkeit annehmen Die Kraft der direkten Kommunikation erkennen Männer mit hohem Status legen in ihren Interaktionen mit Frauen Wert auf Ehrlichkeit und Transparenz. Sie verstehen, dass klare und direkte Kommunikation entscheidend für die Förderung echter Verbindungen und gegenseitiges Verständnisses ist. Anstatt vage Aussagen oder zweideutiges Verhalten zu nutzen, vermitteln sie ihre Absichten und Wünsche mit Klarheit und Selbstbewusstsein. Diese Männer verzichten auf den übermäßigen Gebrauch von Emojis oder belangloser Sprache in ihren Textnachrichten und bevorzugen eine direkte und reife Kommunikation. Authentizität ist von größter Bedeutung, aber sie verkörpern auch männliche Energie, Strahlenstärke und Durchsetzungsvermögen in jeder Interaktion aus. Ein Mann mit hohem Status ist prägnant und präzise in seiner Kommunikation und schätzt Effizienz und Effektivität mehr als zielloses Geplauder. Er erkennt die Wichtigkeit an, seine eigene Zeit und Grenzen zu respektieren und vermeidet sinnlose Streitereien oder belanglose Diskussionen, die von seinen Zielen und Prioritäten ablenken. Darüber hinaus weigert er sich, manipulative Spiele zu spielen oder ein respektloses Verhalten von Frauen zu tolerieren. Wenn er mit solchen Situationen konfrontiert wird, bewahrt er seine Fassung und ignoriert alle Versuche, ihn zu provozieren oder zu manipulieren. Dies sendet ein klares Signal, dass er sich selbst wertschätzt und keine Misshandlung oder Respektlosigkeit tolerieren wird. Viele Männer verschwenden wertvolle Zeit und Energie in toxischen Beziehungen, die zum Scheitern verurteilt sind. Männer mit hohem Status hingegen fallen nicht in diese Falle. Sie sind selektiv in ihren Beziehungen und entscheiden sich dafür, ihre Zeit und Aufmerksamkeit in Personen zu investieren, die sie wirklich schätzen und respektieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Annehmen von Ehrlichkeit und direkter Kommunikation Männern mit hohem Status ermöglicht, bedeutungsvolle Verbindungen zu schaffen und erfüllende Beziehungen zu pflegen. Indem sie Authentizität und Selbstrespekt priorisieren, stellen sie sicher, dass sie ihre wertvolle Zeit und Energie auf diejenigen verwenden, die es verdienen. Nummer 8 Halte deine Verpflichtungen ein Den Wert deiner Zeit erkennen Männer mit hohem Status verstehen die Bedeutung, ihre Zeit zu priorisieren und ihre Verpflichtungen einzuhalten. Sie führen ein beschäftigtes Leben, gefüllt mit Arbeit, Hobbys, sozialen Aktivitäten und persönlichen Zielen. Daher ändern sie ihre Pläne oder sagen bestehende Verpflichtungen nicht einfach ab, um einer attraktiven Frau entgegenzukommen. Obwohl es verlockend sein mag, den Zeitplan umzustellen oder frühere Verpflichtungen aufzugeben, um romantischen Interessen nachzugehen, erkennen Männer mit hohem Status, dass dies die falsche Botschaft sendet. Es impliziert, dass die Frau die oberste Priorität ist, noch bevor man sie wirklich kennt oder eine bedeutungsvolle Verbindung aufgebaut hat. Ein interessanter Mann führt ein erfülltes Leben, das über romantische Bestrebungen hinausgeht. Seine Zeit ist nicht ausschließlich den Frauen gewidmet, vielmehr hat er eine Vielzahl von Interessen und Verpflichtungen, die seinen Zeitplan füllen. Wenn eine Frau erkennt, dass ihre Zeit kostbar und nicht leicht verfügbar ist, versteht sie, dass sie sich seine Aufmerksamkeit und seinen Respekt verdienen muss. Anstatt eine offene Verfügbarkeit wie »Ich bin jederzeit frei« anzubieten, kommuniziert ein Mann mit hohem Status den Wert seiner Zeit, indem er einen vollen Zeitplan einhält und klare Grenzen setzt. Er zeigt, dass seine Zeit wertvoll und respektvoll ist. Indem er dies tut, schafft er eine Umgebung, in der gegenseitiger Respekt und Wertschätzung von größter Bedeutung sind. Letztendlich wird der Wert eines Mannes nicht durch die Aufmerksamkeit bestimmt, die er von anderen erhält, sondern durch das Selbstvertrauen, die Authentizität und den Selbstrespekt, die er verkörpert. Männer mit hohem Status verstehen diese grundlegende Wahrheit und navigieren Beziehungen mit Integrität, indem sie sicherstellen, dass ihre Zeit und Energie weise investiert werden. Zum Abschluss möchte ich dich einladen, über die in diesem Video geteilten Erkenntnisse nachzudenken. Was hast du bisher gelernt? Wir haben wertvolle Lektionen über Mut, Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit und die Bedeutung der Wertschätzung deiner Zeit erkundet. Jetzt ist es Zeit für Taten. Ich lade dich ein, unten einen Kommentar zu hinterlassen und einen wichtigen Punkt zu teilen, den du in deinem Leben umsetzen möchtest. Ob es darum geht, Mut zu zeigen, deine Zeit zu priorisieren oder Ehrlichkeit in deinen Interaktionen zu fördern, dein Engagement für persönliches Wachstum ist von größter Bedeutung. Wenn du dieses Video aufschlussreich fandest, hinterlasse bitte deinen Kommentar unten und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um weitere inspirierende Inhalte zu erhalten. Gemeinsam können wir unseren Weg zu Wachstum und Wohlstand fortsetzen. Wachstum und Wohlstand